Deutsch lernen mit Dialogen Dialog 1 Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo ich die Touristeninformationen finde? Natürlich. Willkommen in unserer Stadt. Wie kann ich Ihnen helfen? Danke. Ich bin nur zu Besuch hier und suche Informationen über touristische Attraktionen. Das freut mich zu hören. Unsere Touristeninformationen ist direkt um die Ecke. Dort erhalten Sie Karten, Broschüren und alle Informationen, die Sie benötigen. Super. Vielen Dank. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten, die Sie empfehlen können? Absolut. Wenn Sie die Zeit haben, sollten Sie unbedingt die historische Altstadt besuchen. Sie ist voller charmanten Gebäude und hat eine reiche Geschichte. Außerdem ist unser berühmtes Museum nur einen kurzen Spaziergang entfernt, falls Sie sich für Kunst und Kultur interessieren. Das klingt großartig. Ich werde mir definitiv beides anschauen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt hier. Dialog 2 Hey. Ich habe Tickets für das Konzert am Samstag gekauft. Möchtest du mitkommen? Hm. Das klingt interessant. Ich überlege es mir noch. Kein Problem. Nimm dir ruhig etwas Zeit. Es wird sicherlich ein tolles Konzert sein. Ja. Ich bin mir sicher, dass es großartig sein wird. Es ist nur so, dass ich momentan ein bisschen knapp bei Kasse bin. Das verstehe ich. Die Tickets waren zwar nicht billig, aber ich denke, es wird das Geld wert sein. Ja. Das kann gut sein. Ich werde es mir noch einmal überlegen und schaue, wie meine finanzielle Situation aussieht. Natürlich. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wenn du dich entscheidest mitzukommen, lass es mich wissen. Danke für dein Verständnis. Ich werde mich bald entscheiden und dir Bescheid geben. Nein. Kein Problem. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Egal wie du dich entscheidest. Wir können auch etwas anderes gemeinsam unternehmen, wenn das besser passt. Das ist nett von dir. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken und dir bald Bescheid geben. Dialog 3 Ich gehe heute Abend ins Kino. Kommst du mit? Es klingt verlockend. Ich habe nur leider keine Zeit. Schade, dass du keine Zeit hast. Was hält dich so beschäftigt? Ich habe momentan viele Verpflichtungen und Termine, die ich nicht verschieben kann. Das ist verständlich. Vielleicht können wir zu einem späteren Zeitpunkt etwas unternehmen, wenn du mehr Zeit hast. Das wäre toll. Ich melde mich bei dir, sobald es bei mir entspannter wird. Ja. Gerne. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und hoffe, dass du bald etwas mehr Freiraum hast. Dialog 4 Ich bin so gestresst. Ich weiß nicht, wie ich all das schaffen soll. Hey, entspann dich. Du schaffst das schon. Aber es fühlt sich so überwältigend an. Ich verstehe. Aber mach dir eine Liste und nimm dir einen Moment, um tief durchzuatmen. Du kannst die Dinge Schritt für Schritt angehen. Du hast recht. Ich sollte mir wirklich Zeit nehmen, mich zu entspannen und einen klaren Kopf zu bekommen. Genau. Du wirst sehen, dass du die Aufgaben viel besser bewältigen kannst, wenn du erst einmal entspannt bist. Du wirst sehen, dass es nicht mehr gut funktioniert. Du wirst sehen, dass du büaddigst. Du lieber wirst. Du wirst sehen, dass du genau from der Nähe Untertitelung. BR 2018